Achtung! Direkt auf dich! Ja, direkt neben mir. Aha, okay. Oh, das Feuer geht gleich aus. Ich glaube, ich baue mir mal wieder so einen Schlitten da, wo man die Blöcke da rumtragen kann. Ja, ich glaube, das sollten wir auch machen. So, die Falle ist fertig. Hier ist noch eine Falle. Da haben wir zwei Fallen, ein Riesenfeuer und ein Haus. Okay. Aha. Ja, Mann, das könnten wir gut gebrauchen. Aha. So. Ja, Mann, das nervt langsam, dass ich immer dieses Scheiß-Soda trinken muss, ne? Ich glaube, ich grimme einen Lizard hier. Ich habe nämlich Hunger. Ganz ehrlich, dieses große Feuer hat keinen Sinn, irgendwie. Ich brenne ja, Mann, verdammte Scheiße. Da bist du noch da? Achso, okay. Als es noch geht. Ich glaube, ich zack das jetzt einfach gleich. Und ich lass das einfach ausgehen jetzt. Weil das... Wir verlieren da mehr ein Leben, als wir das gebrauchen können. Oh. 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 Mit einem Schlag. Oh. akhl pater. Das ist der Simulator. Ich werde dich nicht fliehen, oder? 室her Simulator. Ich verteidig. Wie überlebt man dann? Wieder in deine Richtung? Komm mal runter. Da stehle. Du Reh, jetzt kommst du her. Komm her! Oh, Mann! Ich habe schon wieder was klatsches gegessen. Ich esse irgendwelche Pils und Beeren nicht schwer sein. Oh, Mann! ich sollte glaube ich ein feuer bauen ich brauche aber jetzt ist ein riesen teil feier standing feier oder feier ganz einfach fertig so ja feier pit ist das bessere auch nur steine hier ist ein speer kann ich fischen gehen da sind aber keine füge mal wieder irgendwas ist wieder irgendwas mit meinem mikro ich hab das nämlich gerade bewegt deswegen scheiße wo sind jetzt ja schlitten nicht bauen wollte nicht abgehauen und weiß wo ich den hingestellt wurden noch steine das wasser trinken im see glaube ich nicht was jetzt natürlich gemacht habe ich nicht gemacht hast du auch nur steine ich mach mal den schlitten mit einer roten fahne wenn ich sie finde brauchen noch 40 baumstämme hier oben bei mir liegen noch ganz schön viele rum ich müsste mal mehr in den wald reingehen damit ich mehr sachen finde damit ich wieder alles aufsammeln kann und dann habe ich hier volle taschen hier müssen wir unser camp markieren was das machen oder kannst du sagen das geht es gibt so hier ist das weiß ich nicht wo man das findet utility structures stick marker heißt das damit kannst du eine fahne bauen wie kann ich das jetzt an machen das feuer hätte hingehen und e drücken ja aber ich kann da irgendwie gar kein edel das ist das sonst gebaut habe normalerweise kann man das an machen aber das ist wieder verpackt ich glaube es ist verpackt abreißen kann man es auch nicht mehr wo das ist weil hier noch wasser ist hier ist ja noch ganz leicht wasser deswegen nicht aber das kinder könnte man es ja abreißen ich muss was ich schon wieder umsonst gebaut ich baue hier oben noch mal ein einfaches feuer hin damit ich mir erstmals praten kann ich mache hier oben hier noch mal ich brauche wieder steine und natürlich wieder baumstämme ich glaube der lizard ist nicht mehr gut naja gut die tiere die verderben auch du musst aufpassen ja aua ach hier ist eine falle gut die funktioniert jetzt habe ich auswärts gegessen zähne habe ich beine ich guck mal ob ich mir einen bogen craften kann nach maria jagen können zack zack so ich habe einen bogen jetzt brauche ich bloß noch ja gut federn das problem wird nachher die steine sein ich finde hier keine steine mehr ich habe noch zwei gefunden das reicht glaube ich fürs feuer ich glaube ich muss voll weit in summe gehen um sachen zu finden ja das feuer ist an okay ich brauche mich energie ich brauche mich energie was ist das ich brauche energie 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 scotty beam ich hoch ich habe mich energie ich habe mich energie energie hier hoch hoch woher wie lachst du denn da jetzt da sie macht ein Stück los ich bin Hulk oh was war das denn hoher kann ich dir mal wegschieben doch gar nicht heiß 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 ja aber ich glaube ich kann jetzt da drauf schieb mich mal weg du schreibst du schreibst heiß heiß und sprichst ins wasser ne geht nicht jetzt kann ich dich nicht mehr schieben jawoll hä der lizard gegessen habe leben verloren weil er wahrscheinlich verdorben war oder wenn er so schwarz ist also nicht mehr rötlich sondern schwarz dann ist er verdorben soja ok dann war der schwarz ach ich habe einen rasen erwischt ich musste jede menge essen damit ich jetzt ich brauche noch ein lizard ich brauche so noch 26 baumstämme heiß 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 ach ach du schreitst du wenn er am brennen ist er springt ins wasser der macht so ach endlich endlich hoch nein es na ja jetzt habe ich wieder glaube ich genug energie und kraft ich brauche jetzt noch mehr baumstämme ja naja nicht mehr so viele 26 besser als 90 wir schaffen es wir schaffen es wir schaffen es bam 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 yoho yoho wir sind verglebt und frau mhm mhm wir wissen ganz genau wer hier lauert die können ja nur noch eine chance gegen wenn die hier mit den typen auftauchen mit den fünf beinen da es kommt ja glaube ich auch irgendwann dass sie hier raus kommen was macht man jetzt in dem spiel bekommen man macht doch jetzt hier alles aufbauen so sein doch und so und danach erkunden ich bin ich bin verpackt ich weiß nicht ob man den themi wirklich finden kann auch wenn man spiel ist gerade am bang warum hast du nicht irgendwie so ich das mal interessiert ich hau mal die weißen beeren hier weg weiß ist nix gut das ist ich bin schon oft genug angestorben ich bin schon oft genug angestorben ich glaube jetzt jetzt geht es langsam richtig rund hier wir haben das richtig erfolgreich jetzt gerade hier ja das haus ist bald fertig dann haben wir das spiel besiegt dann können wir aufhören ja danach spielen wir das nicht so weiter da der kunden alles wo wo waa ah alter was passiert hier oh ok was warum habe ich jetzt eigentlich Stöcker eingesammelt oh oh ich glaube es wird langsam dunkel aha was hast du was hast denn hier ich wollte schon sagen ja 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 ja